So, hallo zusammen. Wie versprochen, möchte ich euch in kleineren Videos jetzt die verschiedenen Strategien vorstellen, die ich aktuell trade oder mir mal angeschaut habe und auch backteste. In diesem ersten Fall möchte ich euch den School Run von Trader Tom vorstellen. Die alleinigen Rechte liegen bei Tom Hugart. Ich verlinke euch seine entsprechenden Infos auch unten. Also er hat das Ding so benannt und tradet danach und stellt das vor. Tom ist ein Day Trader, dem ich aktiv folge, wo ich auch öfters vormittags im Boys Chat drin bin, der auch einen reinen Price Chart hat, also ohne Indikatoren und sehr viel Erfahrung hat, profitabel ist, erfolgreich ist und er hat eben verschiedenste Strategien. Und den School Run, den finde ich einfach sehr charmant, sehr passt momentan auch zu meinen Zeitebenen, wo ich traden kann überhaupt vormittags, wenn ich es schaffe. Und genau, den möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Vielleicht zu Beginn, das Ganze ist ein abgewandelter Open Range Breakout. Das müsste man vielleicht wissen oder ich betitle das zumindest so, Tom sagt dazu nichts. Und da möchte ich vielleicht kurz eine Einatmung geben. Open Range Breakouts oder Ops findet ihr auf YouTube und sonst wo zuhauf. Es ist einfach, man definiert praktisch eine Zeitebene, wo man traden will oder wo man die Signale ansetzen will. Die meisten Ops, die man so findet, sind auf 15 und 30 Minuten vom Opening ab. Und die Kerzen der entsprechenden Zeiteinheit oder nach der entsprechenden Zeiteinheit geben eben die Long- und die Short-Trigger. Und dann muss man je nach Risk-Aversion weitere Regeln dazu machen und je mehr oder je weniger Signale gibt es dann. Und was man da eben normalerweise macht, ist vom Opening des jeweiligen Indizes oder der Aktie oder des Kryptos, wie auch immer. Und speziell bei CFD Futures gibt es ja quasi kein Opening. Deswegen muss man für sich selbst durch Backtesting herausfinden, ob das zu den tatsächlichen Landes-Openings auch funktioniert. Bei mir passt es zu den DAX-Openings, obwohl ich hier jetzt CFD trade und auch wenn ich die Futures vom SPX trade, passt es für mich ab 15,30. Das müsst ihr aber einfach für eure Assets selbst definieren. Man kann grundsätzlich mit den Ops alles traden. Musst ihr eben herausfinden, wie es passt. Was jetzt Tom bei seinem School Run macht, er kombiniert im Prinzip die beiden traditionellsten Strategien, nämlich den 15 und 30 Minuten. Und er schaut nämlich auf die zweite Kerze auf der 15-Minuten-Ebene. Also quasi hat er einen 30-Minuten-Orb, aber nimmt eine kleinere Range, weil er eben die erste Range von der ersten 9 Uhr bis 9.15 Uhr Kerze ignoriert. Das gibt eine gewisse Sicherheit, um praktisch die Explosivität bei Markteröffnungen rauszunehmen, gibt aber auf der anderen Seite genug Möglichkeiten, einen Run mitzunehmen. School Run heißt es deswegen, hat er eben so benannt, weil in seiner Vorstellung alle europäischen Mammis und Pappis zu einer ähnlichen Zeit, früher war das wahrscheinlich so, ihre Kinder schön brav zur Schule fahren und praktisch dann Rückzus alle im Stau stehen. Und nach seiner Idee ist man eben mit so harten Regeln in der Lage, mal schnell übers Handy verschiedene Orders einzupacken und das Ganze dann möglichst stressfrei als normaler 9-to-5-Arbeiter oder Hausmama das Ganze zu traden. Also daher kommt so grob ein bisschen die Benennung. Ich habe euch jetzt hier mal das Beispiel von heute gemacht. Heute gab es eigentlich einen sehr schönen Trigger. Wir haben eben hier die erste 9 bis 9.15 Uhr, also die erste Kerze auf der 15-Minuten-Anzeige. Die wird ignoriert. Die zweite wird interessiert. Sobald die fertig ist, haben wir unsere Trigger-Points. Eben einen School Run High und einen School Run Low. Und jetzt kommt es auf eure Risk-Aversion an. Tom geht rein, sobald diese Kerze um einige Punkte über- oder unterschritten ist. Das lässt ihn auch oft ausstoppen, aber er ist mental so gut bzw. auch so erfahren, dass er das praktisch in der Kalkulation mit drin hat und unterm Strich profitabel ist. Ich bin etwas risk-averser und ich warte normalerweise, bis die erste 5-Minuten-Kerze über- oder unter dem jeweiligen Trigger abgeschlossen ist. Und dann schaue ich mir auch das Volumen oder weitere Indikatoren an. Aber das vielleicht kurz zur Einordnung. Ich wandle das dann auch schon wieder ab. Das müsst ihr eben herausfinden, wie das für euch ist. Aber wenn wir uns jetzt in Toms Lage versetzen, und heute war es auch so, und er wurde auch heute einige Male ausgestoppt. Das heißt, er würde praktisch ungefähr heute bei 1582, 1583, ich glaube, er ist bei 79 ein bisschen proaktiv rein, weil er den Push gesehen hat, rein. Dann, je nachdem, wo euer Profitziel eben ist, Profit nehmen oder in diesem Fall heute auch ausgestoppt werden. Und dann wäre der nächste Trigger hier. Wir kommen quasi nie mehr mit einer Kerze viele Punkte unter den School Run Low. Das heißt, bis auf heute Nachmittag oder bis vorhin hätten wir keinen Short Trigger. Und in meinem Fall, ich gehe jetzt mal kurz auf die 5-Minuten-Ebene. Ich habe heute Morgen auch getradet und habe eben mein Wochenziel hier mit erreicht. Ich bin eben erst hier rein. Ich bin hier praktisch bei der ersten Kerze darüber rein. Habe nur ein paar Punkte mitgenommen, weil ich hier praktisch den großen Abverkauf gesehen habe. Und weil wir um 10 Uhr die GDP-Zahlen auch hatten. Und dann bin ich später nochmal rein, als wir praktisch wieder hochgepusht sind, als dann die EU-Zahlen auch gut waren. Als Vergleich, Tom wäre praktisch hier dreimal rein, wenn die sonstigen Trigger gepasst hätten. Ich wäre eben erst hier und hier. Also teilweise fehlen mir dann einfach signifikant Punkte. Aber das ist eben eine Riskeversion. Da müsst ihr eben ein wenig drauf passen. Ich bin auch noch nicht so erfahren oder noch nicht so abgebrüht vielleicht, mir so extrem hohe Price Targets zu setzen wie Tom. Oder wie auch viele andere wahrscheinlich. Ich bin da mit einem guten Gewinn zufrieden. Auf der anderen Seite habe ich auch recht knappe Stop Limits. Ich nehme sie normalerweise in der Hälfte der zweiten 15-Minuten-Kerze, wenn überhaupt meistens sogar etwas kürzer. Bei Tom kann es gut sein, dass die praktisch am unteren Ende ist. Und je nachdem, wie groß die Range ist, können das halt schon mal einen heftigen Risk-Reward sein. Aber das ist nun mal so. Ihr könnt eben durch diese Strategie parallel euch Short- und Long-Trigger setzen. Und zumindest für den DAX gilt das. Man muss eben bei den anderen Indizes schauen, wie gut es da funktioniert. Haben die beiden Grenzen, die beiden Trigger-Points auch noch für später eine Bewandtnis, weil eben in der ersten halben Stunde im DAX jetzt von 9 bis 9.30 Uhr massiv viel Volumen getradet wird. Und im Molumen-Profil seht ihr, dass wir praktisch hier unten beim Low und hier oben beim High durchaus Volume-Spikes haben. Das heißt, die Level sind auch für die spätere Price-Action durchaus noch interessant und relevant. Dann kann man auch das Opening mit dazu nehmen und dann hat man eigentlich ganz gute Levels. Bis auf diesen Abverkauf vorhin war zum Beispiel das Value-Area-Low punktgenau auf dem School-Run-Low. Also so könnt ihr euch vielleicht ein bisschen da helfen. Ich finde es eine schöne, simple Möglichkeit, wenige Regeln. Und wenn es euch zu unsicher ist, könnt ihr weitere Regeln dazu nehmen, das Ganze zu traden und euch da relativ blind einfach die Trigger zu setzen, ob ihr dann auf TradingView oder sonstigen Plattformen die entsprechenden Alarme setzt, damit ihr nicht immer vorm Rechner hockt. Das ist ja euch überlassen und mit einer gewissen Erfahrung könnt ihr dann auch einfach die Orders entsprechend eingeben mit einem definierten Stop-Limit und dann läuft es eben oder läuft es nicht. Wenn ihr mit entsprechender Statistik profitabel seid, ist es dann ein No-Brainer und ja, passt. Genau. Das vielleicht mal grundsätzlich ist relativ einfach. Ist jetzt kein Hexenwerk, aber trotzdem finde ich sehr schön zusammengestellt. Ich kann keine Aussagen treffen, wie es momentan mit Aktien so funktioniert. Ich habe früher Optionen mit einer Orb-Strategie gehandelt, jetzt nicht mit dem School-Run. Das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Wenn jemand von euch das Strat tradet, da kann man ähnliche Kombinationsspielchen machen und sich so mehrere Bestätigungsereignisse oder Bereiche zusammenschrauben, um verschiedene Strategien zu verbinden, um das Ganze sicherer oder profitabler zu machen. Und ich weiß auch, dass praktisch viele, die Tom folgen, auch das auf andere Indizes übertragen. Weiter bin ich einfach nicht gekommen. Das funktioniert sehr wahrscheinlich auch auf dem Nasdaq und auf dem Futsi-Tradet-S auch. Aber ja, wenn ihr irgendwas anderes handelt, kann ich da zu wenig sagen. Und eben, ihr müsst für euch gucken, ob ihr einfach morgens Zeit habt. Es gibt Leute, die das Ganze auch mit der Asia-Range verbinden. Da müsst ihr einfach gucken, wie es euch passt. Ich wollte es einmal vorstellen. Und vielleicht noch so eine kleine Warnung, zumindest für die aktuellen Wochen. Früher, in Anführungszeichen, das ist ja schon so lange her, dass wir Herbst 2022 hatten, ist der School Run tatsächlich in der ersten halben bis dreiviertel Stunde ausgebrochen. Das heißt, du hattest dein Level von der zweiten 15-Minuten-Kerze und dann ist relativ schnell bis 10 Uhr ist der DAX dann nach oben oder nach unten ausgebrochen. Und erfahrungsgemäß, auch wenn es jetzt heute durch die News auch quasi gekommen ist, ihr seht hier schon, dass wir einen gewissen Rücksetzer hatten. Und das war früher seltenst der Fall. Das sehe ich aber zumindest sehr viel häufiger. Deswegen, meine persönliche Strategie, gehe ich meist nicht voll in den ersten Run mit. Vor allem nicht mit voller Size, sondern ich erwarte zumindest aktuell im Januar eigentlich schon ein Reversal, ein Retracement. Und wir können das ja mal spielweise so machen. Wir nehmen hier Opening Low Wig zu dem temporären Hoch, was eben gleichzeitig das Hoch der Initial Balance ist. Das wäre ein recht perfektes 05-Value-Retracement. Wenn ihr danach handelt, wäre das noch ein sehr, sehr angenehmer Entry gewesen. Und dann hätten wir praktisch noch ein zusätzliches Layer von Bestätigung, dass das, wenn das schön gehalten wird, und sehen wir hier Kaufpower. Soweit ich weiß, war der POC zu der Zeit praktisch auch noch oben. Das wären dann verschiedenste Punkte, die man aufaddieren kann, um so einen besseren Entry zu kriegen, um nicht ausgestoppt zu werden, zudem auch. Und ihr seht ja, das Ganze hättet ihr schön nach oben pushen können. Und erst heute Nachmittag gab es dann einen starken Abverkauf. Also genug Möglichkeiten, um einen sauberen Profit mitzunehmen. Und im umgekehrten Falle, der Tag bietet das eben, sehen wir hier auch jetzt die Möglichkeit, wie man auch ein paar Punkte mitnehmen könnte, wobei das mit dem 50er-Level nach meinem Verständnis jetzt wieder knapp geworden wäre, weil wir das 50er-Level letztlich halten und auch Value Area Low. Aber rein von der puren School-Run-Strategie wäre bei Tom hier der Entry gewesen. und der hätte ganz guten Profit mitgenommen. Das sind knapp 25 Punkte. Es ist dann die Frage, wann er ausgestoppt worden wäre oder ob er es geschafft hätte, rauszugehen. Und dann gäbe es eben den Retest und dann hätte man in der Range praktisch jetzt aktuell durchaus noch spielen können. Aber ja, letztlich hätten wir da mehrere Trigger-de-School-Runs, die mit einem gewissen geringeren Profitziel auch durchaus dabei gewesen wären. Und das ist auch was, was ich für mich feststelle. Tom hat da teilweise schon irgendwie so 30, 40, 50 Punkte, weil der DAX momentan natürlich auch stark pusht oder sich zumindest stark bewegt. Ich bin meistens mit 10, 15 zufrieden, um mal zumindest den ersten Profit zu nehmen. Und das funktioniert mit dieser Strategie eigentlich sehr gut. Wenn das lange Zeit profitabel ist, könnt ihr die Size erhöhen und so auch mehr Profite erwirtschaften. Das war es eigentlich dazu. Es ist nicht ultra kompliziert. Es ist sehr, sehr einfach, selbst es anzuwenden. Backtestet es, probiert es, demotradet es eine Weile und dann guckt einfach, ob ihr damit klarkommt. Es sind, wie gesagt, zusätzliche Trigger könnt ihr euch immer noch dazu holen. Aber Plain School Run ist wirklich, wartet die zweite 15 Minuten der Kerze nach dem Aktien-Exchange, Opening Up, markiert das High und Low, legt euch das als Trigger und dann wartet, bis es so zwei, drei, vier, fünf Punkte oben drüber ist und das Volumen dazu passt. Und das war es auch schon. Ich warte persönlich eben auf eine volle fünf Minuten Kerze über dem Level und zwar tatsächlich oben drüber, wie wir hier sehen. Also ich warte tatsächlich, bis die fertig ist. Ich warte nicht, bis die zweite oder eine Kerze keinen Connection mit dem Trigger-Level hat, weil das zumindest bei mir in der Vergangenheit auch oftmals sehr, sehr schnell reversed ist. Das bietet natürlich die Gefahr, dass ich schneller ausgestoppt werden würde, aber ich glaube, das waren eben, genau, da hatte ich meine zehn Punkte drin und das passt für mich. Es hat zu dem Zeitpunkt gepasst und hier hatte ich noch ein paar mehr mitgenommen. Also, ja, finde ich in Ordnung. Und ich nehme eben zusätzlich sogar noch das Volumenprofil als Trigger, was Tom nicht dabei hat. Das war es eigentlich auch schon. Simpel erklärt. School Run von Tom Hogarth. Ich verlinke alles von ihm, bitte. Credits to him. Er ist da der alleinige Verursacher des Ganzen und ich folge da nur und wollte es euch vorstellen. Werd ihm wahrscheinlich auch schreiben, ob das in Ordnung ist. Und, ja, erfolgreiches Traden heute. Wir haben heute Nachmittag noch einige Zahlen. Vor allem beginnen jetzt die Banken-Earnings, was teilweise hiermit eben verursacht oder was das hier verursacht hat. Passt auf, letzter Tag der Woche nicht die erwirtschafteten Profite wegschmeißen. Wir sehen uns ansonsten am Sonntag in der Kaffeerunde. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ruht euch aus und bis bald. Ciao, ciao.